Herzlich Willkommen zu einer neunten Ausgabe von GTA Online. Viel Spaß. Nein! Schön mit dem kollidieren. Schön mit dem kollidieren. Jetzt geht er um meinen Hubschrauber wieder. Das ist ja lustig. Hä? Hä? Mein Hubschrauber geht wieder. Meiner war doch grad kurz vorm Absturz. Und dann bin ich mit dem Hubschrauber... Scheiße, ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr fliegen. Yes! Wieder kollidiert! Yes! Ah, jetzt... Ah, jetzt bin ich tot. Weil ich tot bin. Ja. Los Santos is a dangerous place. And vehicle crashes are at an all time high. No one knows this better. Ja. Ja. In der Freiheit. Ja, jetzt... You need something, huh? When he rides? Let me know. Down the way? Faroute this. If you're not mad. He is totally not. You need to go? You need to go up the way out. Let's go gucken. I'm going to walk up the way out. There's a way out. There's a way out of the way out. I'm going to go up the way out. How can I grab it? Not to worry about that. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier steht alles voller Jets. Ich auch nicht. Man kann doch hier in das Haus rein, in das... Komm schon. Was? Ja. Bestimmt. Ja, hol dir. Ich verprügel den, ähm... Wichser. Noch ein paar Sekunden, hätte ich mich tot. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Ich will die. Wahrscheinlich, die hier. Da ist. Wichser läuft. Ist. Komm schon. Ja. Okay. Ah. Ja. Ich werde dich. Ich fahr hier die Berge hoch, da kriegt mich keiner. Was ist denn du? Ne, doch, schon lang nicht mehr. Irgendwo hier oben. Ich warte nicht. Tschüss. Ich bin doch oben. Wo bist denn du? Ich geh auch noch extra Wünsche hier. Lass einfach ein Seil runter und ich kletter hoch. Ach, Schwätzer. Wo bist denn du? Bist du oder ich? Nein! Rückwärtsgang. So. Wo bist denn du? Willst du mich veräppeln oder? Das ist der Polizeihubschrauber. Wenn ich spürst du, wo du... Ach da. Steig an und hau ab. Äh. Ja, mach die Polizisten weg. Ich hab keine mehr. Wo ist denn der? So wie du fliegst, seh ich gar nichts. Sag mal, der stützt doch ab. Hau doch ab. Keine Ahnung, der wird immer tiefer und tiefer. Und tiefer und... Äh. Ja. Wir stützen auch ab, oder? Irgendwie kommt es so vor. Mir lieb... Was willst du denn hier schon wieder holen? Ja, dann spring ab. So, kann ich den jetzt weiter steuern? Nett. Scheiße. Oh, voll aufgeklatscht. Ich dachte, ich könnte den steuern. Ich frag mich, wie ich da schnell hinterkommen soll, aber naja. Sigh. Wohin jetzt? Ja. Guck mal, hier liegt schon wieder einer auf der Straße. Komm, n... Ach, da... Ach, da unten. Was macht denn der da hinten? Fahr mit dem Feuerwagen hinterher. Hinter dir, auf... Beim Strand. Was war, warum ich das gesagt? Ha. Ja, in... Werden wir im Auto sitzen. Ja. Ich hab da noch ein Haft von Borde. Ja, ich hab... Ach, jetzt hab ich auf einmal... Soll ich? Hau ab. Ich will das ansehen. Warte. Ist er noch... Da? Aber 200. Ja. 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 Ich hab da noch ein Haft von Bordelein. Ich hab da noch ein Haft von Bordelein. Was für Arschlöcher hier. Der wollte nur ein Feuer löschen. Und da komm ich. Naja. Aber der lebt wieder, ne? Aber es wäre besser, wenn der uns auch angreifen würde. Das... Das... Ähm... Das wäre nicht schlecht. Aber die nehmen ja den Angriff so hin und machen ja weiter, wie sie wollen. Das ist eigentlich nicht so. Aber immer noch nicht. Da, stopp. Äh... Kannst mich auch in die Halle fahren. Hach. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ah, ich habe keine Sterne mehr. Ja, ich lande auf der Straße. Kannst du ja herkommen. Das weiß ich nicht. Ah, scheiße, landen. Ich habe keine Ahnung, wie die Straße heißt. Nein, ich will landen und nicht immer hoch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow. Ciao.